Moin. Heute soll es mal um einen Punkt gehen, der die Xbox One meiner Meinung nach zu einer ganz guten Multimedia-Konsole macht. Und zwar soll es heute nicht um die Fernbedienung gehen, die es dafür gibt, nicht um den TV-Tuner, sondern um die ganzen Movieplayer-Apps. Ich vermute, dass die Tatsache, dass es einige bekannte Sachen dafür gibt, auch an dem Dev-Mode liegt, weil man ja als Entwickler relativ einfache Xbox One-Apps machen kann. Aber es gibt auch ein paar, ich sag mal, Pflichtsachen oder mehr oder weniger Pflichtsachen, auf jeden Fall ein paar offizielle Builds oder offizielle Apps, auf die ich erstmal eingehen möchte. An allererster Stelle gibt es natürlich einen Blu-Ray-Player, der von Microsoft selber ist. Der funktioniert natürlich nur mit Xbox-Konsolen, die auch ein Laufwerk haben. Und der ist nicht perfekt, aber damit kann man mit seiner Xbox One Blu-Rays und DVDs abspielen. Um CDs abzuspielen, kann man dann noch Groove Music nehmen. Aber es ist halt insgesamt schon eine ziemlich coole Funktion, dass man mit der Xbox One Blu-Rays abspielen kann. Aber natürlich können andere Konsolen das auch. Dann gibt es den Xbox Media Player. Der ist, glaube ich, auch von Microsoft. Und dürfte die offizielle App sein, um Filme von USB und dem Netzwerk und so abzuspielen. Ich würde sagen, der ist insgesamt nicht ganz so gut. VLC ist da ziemlich ähnlich, aber viel besser. Da gibt es, glaube ich, auch nicht die Option, dass man an dem Zeitpunkt, wo man bis zu jemandem geschaut hat, wieder zurückspringen kann und so. Also dem fehlen so ein paar grundsätzliche Funktionen, finde ich. Dann gibt es natürlich die ganzen Streaming-Apps von den normalen Anbietern. Also Amazon Prime, was sogar in 4K ist. Netflix, Disney Plus, YouTube und so weiter. Bei YouTube kann man sich ja auch Filme kaufen oder auch die Filme, die man bei Google Play hat, abspielen. Und damit kommen wir zu den eigentlichen Apps, um die es heute gehen soll. Und so als allererstes das UWP-Bild von VLC. VLC ist ja ein relativ bekannter Media Player, der vor allem viele Dateiformate abspielen kann. Der ist relativ simpel. Und kann auf der Xbox One Dateien vom USB-Stick oder von USB-Sprechergeräten, die zum Beispiel in X-Cloud formatiert sind und von dem Netzwerk abspielen. Leider können normale Anwendungen nicht auf das Disk-Laufwerk zugreifen. Das heißt, Blu-rays und DVDs kann nur der Blu-ray-Player, der offizielle, abspielen. Aber trotzdem ist damit eine ganze Menge möglich. Das kann auch UPnP, das VLC Media Player Build. Und ist halt ein einfach zu bedienender und funktionstiger Media Player. Und dann gibt es noch Kodi. Das ist relativ komplex, meiner Meinung nach teilweise zu komplex. Aber das ist halt so eine richtige Bibliothek, wie man sie auch von Streaming-Portalen kennt. Wo man dann eine Übersicht mit den ganzen Filmen und Serien und so weiter hat. Da kann man sie einfach durchgehen. Hat eine Menge Features, kann man zum Beispiel über den Webbrowser fernsteuern. Auch über UPnP. Da gibt es auch Apps für, um das Fernsehen zu steuern. Und Kodi ist halt einfach so das Nonplusultra, würde ich sagen, was Heimkino angeht. Kennst du vielleicht noch weitere Multimedia-Apps, die man für die Xbox One mal ausprobieren sollte? Dann kannst du die bitte in den Kommentaren erwähnen. Das war es dann aber auch mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.